Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play und zwar Battlefield Heroes! So, heute bin ich allein, ich habe aber vor, das nächste Mal mit einem Kumpel hier zu zocken. Es wird hier erstmal ein Part. Ich nehme hier nur ein Part auf heute. Ich hoffe, die Autos, die dauernd vorbeifahren, stören nicht oder man hört sie nicht. Ja, dann wollen wir mal anfangen hier. Diese Noob-Gunner andauernd. So, mal gucken, ob wir endlich mal... Ah, da haben wir schon jemanden. Ah, schade. Ich habe... Ja, genau. Ich habe einen Clan. Eigentlich heißt der jetzt Battle Freaks, aber irgendwie will er den noch nicht annehmen. Battle Freaks, ich schreibe es euch in die Beschreibung rein. Ihr könnt joinen, wenn ihr wollt. CW wird oft am Start sein. Oh, und da haben wir hier schon mal unseren ersten Gegner und... Und wir failen hier gleich so dermaßen. Egal. Na, das sind ja auch keine schlechten Gegner, muss man schon sagen, mit der M16, hallo? Muss man schon sagen. Heutzutage hat eh wieder eine Fandswaffe. Oder Foundswaffe. Da ist sie schon ganz normal. Dann schauen wir mal. Hier schießt einer wie ein Blöder. Ah, ah. Und das ist sogar ein Gegner. Ich glaube, unser erster Kill... Unser erster Kill... Und der war natürlich nice. So, ich fand den Kill... Das ist ein nice Skin. So eine fette, hässlige Tusse mit Muskeln, also. Ein guter Skin, also. Nee, ähm, ja. Also, ich fand den Kill nice. Kann man nicht sagen. Oh. Und da kommt er, und da kommt er, und da. Bring ihn, bring ihn. Ja, wir bring ihn, wir bring ihn. Und wir haben ihn. Ich habe natürlich auch... High Modes... ...um Start. Ja. Ähm, es werden noch ein paar Let's Plays kommen. Zwar, Let's Play Minecraft Multiplayer. Wer hätte es gedacht? Da ist schon wieder diese Tusse. Du wolltest das denn? Ja, passt schon. Nee, und... Ja, wer hätte es gedacht? Minecraft? Macht ja keiner so gut wie keiner. Nö. Ich bin jetzt der Erste, der es macht. Nee, Spaß. Natürlich gibt es sehr viele LPR, die das machen. Aber mir gefällt Minecraft. Ich habe keine Ahnung. Mir gefällt es einfach. Oh. Und hier sterben wir, denke ich mal. Ja. Das ist egal. Also. Mein Kumpel wollte ja eigentlich joinen, aber ohne Headset. Weil er sich morgen erst eins holt, weil sein altes kaputt ist. Ja. Das wird Spaß machen. Und da haben wir noch einen Kill. Und noch einen Kill. Vielleicht noch einer. Nein. Das erledigt der Kollege nebenan erledigt das. Der nette Kollege von nebenan. Oh. Das war ein bisschen gefällt, muss ich zugeben. Ich bin schon 5. Oh, was für eine scheiß KD. Ich hoffe, man hört mich bei dem Sound. Tja. Und da habe ich gleich mal hier eine Frage. Wer kennt ein gutes Programm zum Rendern? Also wenn ich Videos hochladen will, ist es ja besser, wenn man sie rendert, weil dann kann man sie schneller hochladen. Ja, ich habe jetzt eine Frage. Ihr könnt mir den Link in die Beschreibung, in den Chat, also da bei den Kommentaren hinschreiben, was für ein Renderprogramm ist umsonst. Also, ich möchte dafür nicht unbedingt Geld ausgeben. Ein Renderprogramm, wo man halt rendern kann, die Videos für umsonst, halt ohne Geld und so. Ich bin armes Schwein. Und hier stemmen wir wieder. Full Life. Gefällt mir. Oh, da werden wir hier weggeballert. Oh, und das war wieder Mega-Fail. Aber was soll man machen, wenn von drei Seiten kommen Sie alle? Das ist einfach ein bisschen nervig. Naja. Und hier spinnt meine Maus schon wieder. Und das war unser erstes Spiel. Und ja, das war der erste Part. Den beende ich hiermit und sage, haut rein, Leute. Viel Spaß. Ciao.